Bhagavad Gita, Vers 2.31 Angesichts deiner Pflicht als Kshatriya solltest du wissen, dass es für dich keine bessere Beschäftigung gibt, als auf der Grundlage religiöser Prinzipien zu kämpfen. Daher hast du keinen Grund zu zögern. Erklärung Von den vier Einteilungen des sozialen Lebens wird die zweite Stufe, die für eine gute Verwaltung zuständig ist, Kshatriya genannt. Kshat bedeutet Verletzung. Wer Schutz vor Unrecht gewährt, wird Kshatriya genannt. Trajat, Schutz gewähren. Die Kshatriyas werden im Wald darin ausgebildet, zu töten. Früher gingen Kshatriya in den Wald und forderte einen Tiger heraus, um ihn mit seinem Schwerz zu bekämpfen. Wenn der Tiger getötet war, wurde er entsprechend der königlichen Anordnung der Verbrennung übergeben. Dieses System ist bis zum heutigen Tage von den Kshatriya-Königen des Staates Jaipur beibehalten worden. Weil religiöse Gewalt manchmal notwendig ist, werden die Kshatriyas besonders darin ausgebildet, herauszufordern und zu töten. Deshalb sind Kshatriyas nicht dazu bestimmt, direkt die Stufe des Sannyas der Entsagung anzunehmen. Gewaltlosigkeit kann in der Politik eine Diplomatie sein, aber sie ist niemals ein Faktor oder ein Prinzip. In den religiösen Gesetzbüchern wird dies bestätigt. Auf dem Schlachtfeld kann ein König oder Kshatriya, der in einer gerechten Sache gegen einen anderen König kämpft, durch seinen Tod die himmlischen Planeten erreichen. In ähnlicher Weise können auch die Brahmanas die himmlischen Planeten erreichen, indem sie Tiere im Opferfeuer opfern. Wenn der Herr in einer Schlacht auf der Grundlage religiöse Prinzipien getötet wird, oder wenn Tiere im Opferfeuer getötet werden, gilt dies keinesfalls als Gewalttat. Denn jeder der Beteiligten zieht aus den mit einbezogenen religiösen Prinzipien seinen Nutzen. Das geopferte Tier erhält augenblicklich die menschliche Form des Lebens, ohne sich dem allmählichen Evolutionsprozess von einer Lebensform zu anderen unterziehen zu müssen. Und wie die Brahmanas, die dieses Opfer darbringen, so erreichen auch die Kshatriyas, die auf dem Schlachtfeld getötet werden, die himmlischen Planeten. Es gibt zwei Arten von Svadharmas, besonderen Pflichten. Solange man nicht befreit ist, muss man, um Befreiung zu erlangen, die Pflichten erfüllen, die dem jeweiligen Körper, in dem man sich befindet, in Entsprechung zu den religiösen Prinzipien vorgeschrieben sind. Wenn man befreit ist, wird die Svadharma, die besondere Pflicht, spirituell, und befindet sich nicht mehr auf der Ebene des materiellen Körpers. Auf der körperlichen Ebene gibt es sowohl für die Brahmanas als auch die Kshatriyas besondere Pflichten, und diese Pflichten sind unvermeidlich. Svadharma ist vom Herrn festgelegt, und dies wird im vierten Kapitel deutlich erklärt werden. Auf der körperlichen Ebene wird Svadharma, Varen Ashram Dharma genannt, das Sprungbrett des Menschen zu spirituellem Verstehen. Menschliche Zivilisation beginnt erst auf der Ebene des Varen Ashram Dharma, das heißt dann, wenn die Pflichten ausgeführt werden, die sich nach den jeweiligen Erscheinungsweisen der Natur richten, in denen sich der Körper befindet. Erfüllt man auf jedem Gebiet des Handelns seine besondere Pflicht, in Übereinstimmung mit dem Varen Ashram Dharma, wird man auf eine höhere Stufe des Lebens gehoben.